Unsere Yamatamis! Was für ein schöner Abschluss einer Togo-Tour, oder? Ja. Oder ihr wollt nochmal wiederkommen? Ich will eigentlich noch eine Togo-Tour machen. Noch eine Togo-Tour? Ja, mit Tamis. Noch eine Togo-Tour. Ich fände das auch schön. Vielleicht können wir das auch beantragen. Ja. Was meint ihr? Ja! Guck mal, wir haben ein paar Leute, die werden da auf unserer Seite. Das ist ja schon mal schön. Oder vielleicht muss sie so laut schreien, dass so spezielle Gebäude irgendwo das hört. Ja. Bis nach Deutz müssen sie schreien. Ja. Schreit mal einmal bis nach Deutz! Mal gucken, ob das da angekommen ist. Ich glaube, es ist ja gegern. Die winken schon. Alles klar. Na, wenn ihr meint. Also, ja. Schade, schön. Einen Auftritt haben wir noch, genau nachher ganz am Schluss, aber da haben wir keinen Fan des Tages. Das ist keine offizielle Togo-Music-Show, sondern das ist nur noch mal ein Auftritt. Deswegen hier. Unser letzter Fan des Tages für dieses Jahr. Das ist Philipp. Ja, das ist der letzte Fan des Jahres. Fan dieses Jahres. Fan dieses Jahres. Fan des, ja. Der letzte Fan des Jahres, ja. Der letzte Fan des Tages dieses Jahres. Ja. Ja. Guck mal, der letzte Fan. Oh, süß. Der Philipp hat's ganz, ganz toll gesucht. Deswegen hat er den Titel her aufgekommen. Wir hören das immerhin in Philipp. Das ist ganz toll gemacht. Und sag mal, hast du denn eine Frage, die du schon immer mal fragen wolltest, an die Yamatamis? Nein. Ja, aber das ist auch ganz ehrlich, es passiert öfter mal, dass es den Kindern hier die Sprache verschlägt, weil es ist schon gruselig, wenn man plötzlich hier oben steht. Es ist schon anders hier oben, ne? Ja. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, oder? Ja. Wenn du nächstes Jahr wiederkommst, wenn die Yamatamis wieder da sind, hoffentlich, dann weißt du dann eine Frage bestimmt, oder? Ja. Und wenn nicht, schreibst du denen einfach eine E-Mail, die haben wir in der Internetadresse. Da gibt es, oder auch über Facebook, da findet man die, da kann man eine E-Mail schreiben, die beantworten sie bestimmt auch so mal, ne? Ja, natürlich. Schreibst du dazu, wer du bist. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt mal Beschluss machen, wollt ihr gehen, oder wollt ihr vielleicht noch was für uns? Nein. Wir könnten gehen. Ach so. Oder? Also mir ist das gleich. Was hier mit du? Ja. 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 Ist das möglich? Es ist auf jeden Fall möglich, aber da muss Köln mal jetzt alle einer Meinung sein. Wollen wir Maya hier hören? Okay, das war deutlich. Ich glaube, ja. Ich glaube, sie wollen Maya hier gerne nochmal hören. Ja. Okay. Das ist die Fälle, wollen ich auch noch mal hier helfen.